Wir kennen sie als tollkühne Helfer der Jedi-Ritter, die Ewoks. George Lucas, der Schöpfer der Krieg-der-Sterne-Filme und 20th Century Fox bieten ein völlig neues Abenteuer. Eine Handvoll tapferer Ewok-Krieger an der Seite von Sindel und Mace. Mami und Daddy werden sterben, wenn wir ihnen nicht helfen. Ein einzigartiges Erlebnis auf dem fernen Planeten Endor. Eine klasse Story, spannend und bezaubernd. Ein Weg voller Abenteuer. Die Ewoks – Karawane der Tapferen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017